Herzlich Willkommen zurück zu Walmart Total War und ja die Kacke so ein bisschen am dampfen hier oben aber nur ein bisschen nur so ein bisschen das wird schon irgendwie kann ich hiermit kann ich das einfach machen okay gut ich dachte schon ich bricht da jetzt irgendwie alle Rekrutierungsvorgänge ab ich hab das so eine gute Idee ist weiß ich auch noch nicht bekommen die hier irgendwie nicht schlecht nicht schlecht so wie lange brauchen die noch drei Runden der ist gleich da die sind auf Weg nach da ja ich würde sagen mehr gibt es momentan hier nichts zu tun oder nicht wirklich nicht wirklich ich hoffe die beiden neuen Städte die ich mir da gebauscht habe überleben das ein bisschen was machen die denn da immer wo wollen die hin ich unterstütze die haben die überhaupt irgendwas gemacht ich glaube die haben gar nicht eingegriffen doch hier die haben ein bisschen was gemacht die haben wenig gemacht die haben was gemacht mit dem Grenade Launcher hier keine gefangenen die helfen mir hoffentlich ihr seid mir zu langsam mach mal schneller also okay wenn ich dann nochmal drücke dann wird er wieder langsamer ja komm zack zack ich müsste mich jeden typen zeigen der danach hinterher rennt weil ich mach das gleich einfach aus ey dann verpasse ich am ende irgendwas das ist ja auch scheiße steht irgendwann so eine Ork Armee mittendrin und ich krieg's nicht mit oh er ist Level 10 er ist Level 10 was bringt das überhaupt okay ähm cooldown minus 10 das finde ich ja so nötig aber gut also weil ich die Kosten mal heruntersetzen würde die die Mana Kosten sag ich jetzt einfach mal das würde ja noch was bringen aber den cooldown ist irgendwie unnötig Rostfluch na ich hab eigentlich davon alles das ist nicht schlecht vielleicht sollte ich das machen so ein bisschen die eigene Armee buffen die sollen ja auch rekrutieren allerdings wird das noch dauern bis sie drankommen das heißt ich glaube ich schicke die erstmal nach da um da ein bisschen gegen zu halten achso ich könnte natürlich jetzt gleich mal wieder ist auch erst nächste Runde da genau hier konnte ich jetzt noch was kommt da an da kommen wir euch die beiden und dann noch zwei an ja genau noch zwei das heißt vier Stück das heißt zu den 13 jetzt noch 4 macht 17 also noch 3 und ich wollte die hier machen 1, 2, 3 mal schauen ob die was können oder halt eben nicht ich hoffe die halt noch ein bisschen durch okay er sagt nicht sehr unangenehme Armeen da mit den Vampiren habe ich die schon mal besiegt die war also da dürfte auch der der gute Kolek Sonnenschlinger oder wie er auf deutsch heißt eben hier an das Riesenmonster dürfte eventuell auch nochmal kommen mit so einer ähnlichen Armee oder vielleicht kommt er auch nicht und das war es schon und ich habe halt diese beiden Armeen plus diese dritte mit nur zwei Vampirarmeen besiegt das war anstrengend das war schwierig ich habe auch ewig gebraucht weil ich die ganze Zeit pausieren musste damit ich das nicht irgendwie doch noch verliere aber ich habe es geschafft ich habe es geschafft auch wenn es lange gedauert hat was brauche ich denn hier jetzt auch das würde ich mal sagen die stehen immer noch da ich wollte immer noch dass ich hier das baue was ich aber nicht will das würde ich auch noch nicht bauen das nächste Runde fertig die hier müssten wir eigentlich so langsam ach so das ist schon abgerissen hier soll ich in die Berge gehen oder eher nach hier unten ich würde sagen ich habe ja eigentlich jetzt eine ganz gute Pufferzone so eingerichtet und ich würde sagen ich könnte eigentlich jetzt die in die Berge gehen und da angreifen finde ich die sind fast voll bis auf hier ein paar das heißt ich müsste das eigentlich jetzt machen können so ja zwei Runden dann sind die da ich brauche auch noch zwei ach so jetzt kann ich natürlich ihn dahin tun und das bringt plus 18 magic power reserve battle wizards vielleicht bringt es was vielleicht auch eher nicht ich werde es wohl noch herausfinden den habe ich wahrscheinlich schon bewegt aber ich habe ihn noch nicht bewegt na sieh mal einer an so ach den typen habe ich auch noch den genau ich hoffe der wird nicht irgendwann gemeuchelt was ist das für ein typ da also oder soll ich den wieder einer armee hinzufügen ich meine könnte ganz hilfreich sein um die riesen und so zu bekämpfen was hat er denn für werte eigentlich ja der ist schon der ist schon stark der ist schon sehr stark deswegen welche armee würde ich ihn denn am ehesten hinzufügen der oder der da die ja wahrscheinlich am ehesten mal direkt welche in den kampf kommen wahrscheinlich den so und ich frage jetzt lasse ich die da oder da dran stehen ich werde auf jeden fall in beiden eine garnition bauen und dann mal gucken was passiert nächste runde ja die sind so komisch defensiv die orks dann wieder beschleunigen okay da kommt er schon ja die schicken noch nach mir nach norden auch nicht schlecht okay wo wollt ihr jetzt hin keine ahnung ich werde es wohl noch herausfinden wahrscheinlich verpissen die sich da unten einfach wieder gut die sind da die rennen nach da oben warum auch immer habe ich den da das zu koordinationsziel gesetzt oder da unten schwarzhafen interessant das kann ich nicht gebrauchen nämlich glaube ich lieber das ich kann das wirklich nicht gebrauchen jetzt ich muss mich schnell bewegen hier oben deswegen ich muss das nochmal sagen so gehen wir nach nach bis nach da kann er gehen um noch zu rekrutieren und dann mach jetzt mal die haben ja schon oder die beiden ja ok ja wir brauchen nur noch der hier gibt es wieder was zu bauen hier gibt es dann nichts zu bauen ah doch hier stimmt so garnision die wird wahrscheinlich nicht einfach überrannt werden den schmeiße ich jetzt raus die würde ich eigentlich gern behalten ich glaube ich schmeiße dann mal den schwächesten von denen raus ja und das bist leider du musst gehen vielleicht kann ich die vorher noch zusammenlegen stimmt vielleicht kann ich die einfach zusammenlegen ah da muss ich gar keinen rausschmeißen ist das nicht toll nicht sicher ob das so richtig funktioniert hat aber na egal er ist nämlich er ist ganz gut glaube ich hier der dagobert the brawler er geht auch mal nach hier um gleich schnell wieder eingreifen zu können bleibt er bleibt er hier ach so ich muss erst rausschmeißen bevor ich rekrutieren kann wie viele runden brauchen die normalerweise zum rekrutieren eine gut ich scheiß dann mal auf die und konzentriere mich darauf die mal abzugraden jetzt schnell noch 1,2,3,4,5,6 in zwei runden müssen die dann durch sein 1,2,3,4,5,6 ok in vier runden eine runde 2,3,4 ok dann sind es wohl vier runden und dann können hier jetzt wieder die 1,2,3 wieder drauf mal gespannt ob ich das halten kann da oben kann ich hier jetzt rein marschieren? müsste ich eigentlich oder sogar schon auf goldene erfahrung krass der ist auf silberne erfahrung auch krass na die freund ist wahrscheinlich schon hier das gibt es auch noch zu erobern also wieder zu reißen nicht erobern ich würde sagen viel gibt es jetzt auch nicht mehr zu erledigen vielleicht hier noch das und hier noch das aber sonst die garnison hier sind ja auch stark nächste runde die augs greife mich nicht an es wundert mich aber wäre es wahrscheinlich nicht in ihrem falle wäre wahrscheinlich angriff die beste verteidigung scheiße das kann ich nicht halten das werde ich nicht halten können ihr könnt es probieren aber die schlacht werde ich verlieren die werde ich mit ziemlich hoher wahrscheinlichkeit verlieren ich überlege gerade ob es nicht eventuell doch möglich ist es zu halten denn die dürften hoch ist bis hierhin hier was ist das denn das war noch nicht passiert die müssen glaube ich mit leitern und so hier erstmal auf die mauer klettern weil die haben glaube ich ja keinen okay außer die schießen damit einfach die die mauer kaputt beziehungsweise das tor kaputt ich glaube ich gehe einfach mal hin probiere das so irgendwie zu halten hoch auf der zweiten reihe die stehen jetzt hier und schießen dann hoffentlich darunter und besetzen damit auch die türme und wenn ich hingehen sobald die zu nah an die mauer kommen werde ich die komplett zurückziehen und mich hier hinten einbunkern worum werde ich jetzt auch schon mal anfangen so beziehungsweise eigentlich eher noch weiter vorne ein sturm abwehren gegen große feinde haben die ja dann die dahinter um zu verstärken hier eigentlich müssen die ja lange genug aushalten also das ist der plan dass sie lange genug aushalten um mit der verstärkung zusammen zu kämpfen ich frage mich mal von wo kommt überhaupt die verstärkung ach von da von da von da ja es wird wohl ein relativ intensiver häuserkampf hier werden ich werde mich darauf verlangern das hier zu halten die seite und dann auf der anderen seite hier da durchzusch... mich durchzuschlagen und dann die von der einen seite also von hinten aufzuräumen vielleicht funktioniert es vielleicht auch nicht wahrscheinlich nicht hoch was passiert jetzt hier warum leckt das so okay es gibt auch nur einen weg das herauszufinden verstärkung ist eingetroffen jawohl die schießen das ist gut also ich hoffe die schießen sie sollten besser schießen die hauen wahrscheinlich gleich jetzt das tor kaputt hier trifft jetzt die verstärkung ein so nach und nach kommen die jetzt alle an es wird ein intensiver kampf habe ich so das gefühl ah guck mal die schießen jetzt schon gut gut ich hoffe die kriegen den ein oder anderen von den choosens auch noch oh ja das ist gut dabei sollten die eigentlich ach schieß einfach weiter ihr kriegt das schon irgendwie hin die kommen aber hierhin und mit denen hier hoch mit denen probiere ich das dann mal da zu halten jetzt muss ich grad mal schauen wie die hier hoch kommen aber sie stellen leitern auf ok pausieren und sofort bitte hierhin zurück ziehen auf der stelle genauso wie ihr so einfach direkt zurück ziehen und jetzt gehe ich hin so vielleicht kann ich mit der mit denen hier sogar wenn ich die hierhin stelle sogar ein paar abräumen die da ankommen die haben es auch weggeschafft die gehen hierhin damit sie hier noch aushelfen können oh gott oh gott schnell lauft oh gott ihr werdet wahrscheinlich teilweise nicht ankommen oder ne stopp genau die kommen da jetzt an mal gucken ob die hier was jawoll und mal gucken ob ich die dann auch direkt wieder raus ziehen kann direkt wieder raus sieht so aus als ob die sogar durchgekommen wären was macht ihr denn da ihr müsst auch euren freunden helfen was macht ihr denn hier was was bau was soll das hier werden was macht ihr da ja wie ist gehen so schwierig oh leute ihr macht mich krank so ihr habt feuer frei ne ihr schießt auch hoffentlich wach modus wach modus könnt ihr einfach schießen das ist doch nicht so schwer einfach da rein schießen einfach da rein schießen schießt mal einfach auf die bitte so beziehungsweise ihr geht auf die ähm du willst mal hier ihr geht auch da mit rein und ihr geht nach hier helfen die brauchen nämlich eure hilfe schießt ihr jetzt überhaupt ihr schießt überhaupt nicht so einfach mal hier rein holzen kommt da noch was an gut wenn ich das gewinnen kann hier vielleicht sollte ich mal probieren die rauszunehmen und vielleicht sollte ich mit denen da rumgehen und mit denen noch reingehen damit da nichts schief geht hey was habe ich euch gesagt meine fresse meine fresse darüber los ja zerquetschen einfach da rein schießen mit dem chaos warriors sollt ihr euch anlegen was macht ihr da ich habe euch gesagt ihr sollt bitte bewegt euch einfach ihr seid mir echt zu langsam ach entspannt euch ruhig ne kein stress sind nur eure leute die hier sterben aber kein stress die sind inzwischen da angekommen ich glaube die gewinnen sogar gegen die chaos warriors ich glaube die gewinnen sogar gegen die chaos warriors mehr oder weniger mehr oder weniger habt ihr das hier bald mal so die helfe dir ist gehen wir noch da helfen die gehen wir noch hier helfen das müsste eigentlich funktionieren ich hoffe die haben es gleich mal woher weiß ich denn wann die kaputzen und wann nicht ein typ gibt es hier noch gut ich hoffe ihr seid noch rechtzeitig da und ich hoffe die hier gewinnen mal so langsam sollten sie eigentlich es sind schon einige die hier drauf rum kloppen also sie müssten es eigentlich jetzt gewinnen ja es sollte ja es langsam geht das jetzt zu meinen Gunsten aus jetzt müsste ich die seite auch noch gewinnen ja jetzt nicht jetzt fliehen jetzt kommt gerade die Verstärkung an elf Chosens stehen hier noch rum oder was ah und paar Chaos Warriors ja geht mal lieber auf Abstand und mach mal den platt hier oh wir sind oder ja die haben ja irgendwie nichts mehr was ich angreifen könnte es gibt nur noch die hier oder was beziehungsweise mit denen will ich das ja nicht soll hier bleiben ach so ein Typ ach so das wahrscheinlich eher ne ach so genau gut dann hätte ich euch euch hätte ich gern hier was hat das denn für ein Viren ja hier prügeln ist jetzt auch langsam durch ja wirklich sehr langsam zu langsam wenn du mich fragst auch wenn jetzt noch ein relativ großer Blob ankommt aber hm die haben auch schon ganz schön was abgekriegt hier teilweise die Great Swords lebt der noch ach ne der hat nicht mehr viel Leben der wird gleich drauf gehen hier der eine steht noch jetzt war es auch mit dem und dann sollte gewonnen sein sollte gewonnen sein ah ist das hier für ein Gemetzel wahr eieieiei wie viele hier drauf gegangen sind der müsste jetzt auch gleich mal platt sein ja graf hier nur von einer Seite an ja sehr schön Sieg hat doch funktioniert auch wenn es knapp war ja aber es hat funktioniert ähm ja ich verfolge die jetzt nicht da ist eh nicht mehr viel übrig von den Verluste ja 1000 und ich hab 750 ungefähr war okay war okay will ich mal grad sehen wie er hier performt hat 63 4 3 5 19 was haben die denn die ganze Zeit gemacht 36 39 101 39 130 47 gut gut die habe ich zurück geschlagen erfolgreich erfolgreich ok 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 Ich hasse es, dass es so reingezoomt ist. Man sieht so nichts einfach. Oh Mann, ey. So. Oh Mann, was ist das so reingezoomt? Faktion vernichtet, oh. Gibt es was zu bauen? Sieht nicht so aus. Es sieht alle ganz und gar nicht so aus. Hier, ähm, was mache ich jetzt mit denen? Es ist Zeit. Natürlich. Alryx will! Du bist! Jetzt den zu brei, mit der Unterstützung von denen hier. Hat funktioniert. So, und jetzt muss ich wieder neu rekrutieren. Vier kommen da, das ich muss... Ich muss nachdenken. Vier kommen da noch, das heißt ich muss sechs neu rekrutieren. So. Sechs mal rekrutieren heißt... Was ist eigentlich besser? Die? Oder die? 120? 100? 74? 74? 79? 66? 26? 36? 33? 48? 37? Ja, okay, die sind sehr viel besser. Sehr viel besser. Ähm, ich glaub ich hab sogar eine Einheit von denen verloren, aber ich lass die mal so auf fünf stehen. Bei Sigmas recht! Drei von denen noch. Ah, okay, komm, einen. Die haben mir eigentlich gefallen, wie die gerade gespielt haben. Ja, wie die gerade sich präsentiert haben. Rüstungsdurchdringend. Zwei Einheiten kann ich noch rekrutieren. Frag ich's nur, welche. Vielleicht auch einfach die. Ja. Ich mein, warum nicht. Wo kann ich denn überhaupt die... ...die Reichsguard rekrutieren? War das hier? War das hier? Naja, wo war... Wo hab ich die denn rekrutiert? Achso, na das ist natürlich auch richtig gut. Und nützlich vor allem. Hab ich die hier rekrutiert? Hier? Ah, hier hab ich die wahrscheinlich rekrutiert. Das eigentlich fehlt mir hier noch. Das Reichsguard Ding. Das kann ich nur hier bauen. Gefällt mir aber nicht. Gut, hier könnte ich's auch noch bauen. Müsste ich das aber abreißen und wahrscheinlich dann hier neu bauen oder so. Ja, dann mach ich's glaub ich. Ich bin mir noch beschäftigt. Vielleicht könnt ihr auch wieder belagern. So geht's. Attack! Oh, könnte ich die ganz schnell einnehmen? Ist das möglich? Mit möglichst wenig Verlusten. Könnte ein Fehler sein. Vielleicht aber auch nicht. Ach stimmt. Ach stimmt, ich kann die ja gar nicht. Ich muss hier hin. Ich kann die ja gar nicht besetzen. Das ist ein Blödsinn. Ja. Gut, wenn die mich da angreifen wollen, dann komm ich da auch nicht mehr weg. Die sind soweit fertig. Was mach ich denn mit denen? Gut, das ist natürlich ne Mammutaufgabe, aber... Warum nicht? Gut, die reißen das alles schon vor mir ab. Dann geh ich mit denen nach da. Ich hoffe, das wird auch was dann. Ah ja. Wir werden ja sehen. Der ist auch noch hoch. Ah, so. Naja. Ach so. Die Folge wird glaub ich ganz schön lang. Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen und sag bis zum nächsten Mal.